Glück auf Schalker und herzlich willkommen hier auf Currywurst und Dosenbier zu den S04 News. Die Flanken wie auch Torvorlang-Bilanz von Spielern auf Schalkes rechter Abwehrseite war ja bislang noch relativ wenig. Im Vergleich zur linken Seite mit Tomasz Ovian gegen Rostock konnte der für Daku Czullinov in der Startelf beorderte Mehmet Aydin das Lieferproblem des Schalke 04s nun aber wohl korrigieren. Zumindest in dem einen Spiel. Also, gehen wir mal kurz das ganze Thema Flügelspiel, Flankenspiel auf Schalke durch. Denn letztes Jahr in der Horrorsaison waren die Schalker Standards ja wirklich ganz, ganz schlecht. Lediglich sechs führten eins zu einem Tor, bei keinem Team machen es weniger, allein die Ecken-Bilanz sprach Bände. 124 Versuche, nur zwei Treffer, auch bei Flanken, da geht die Gelsenkirchen einfach mies. Sie schlugen im Schnitt um 9,3 pro Spiel, das war mit der Abstand Liga-Tiefstwert. Das wurde im Sommer erkannt, im Zuge des allumfassenden Kaderumbaus sollte dort gezielt nachgebessert werden. Die Königsblauen holten Thomas Ovian für die linke Seite und das war sicherlich bislang, was die Offensive angeht, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Denn es ist sicherlich auch sein Verdienst, dass Schalke in den ersten acht Spieltanken bereits im Schnitt rund 15 Flanken pro Partie schlug. Auffällig, der von AZ Alkmaus gelbberuf, wie gewahnsinnig viele Torschussvorlagen. Ligaweit kommt nur er bereits auf mindestens 30. Und auch genau das war ja auch gegen Hans-Ausdok der Fall. Das 1 zu 0 von Simon Terodde hat der Holländer vorbereitet. Sprich, seine Bilanzen auf der linken Seite sind sehr, sehr gut, aber dafür hatte Schalke bislang über rechts ein durchaus ja auch Lieferproblem. Ursprünglich sollte ja Reinhard Ramftl hier für Gefahr sorgen. Immerhin 700.000 Euro Ablös investiert den Königsblauen in den Spieler aus Linz. Nur Marius Bülter kostet noch einmal 100.000 Euro mehr. Allerdings wurde dann relativ schnell klar, dass Ramftl einfach nicht der Ovihan für die rechte Seite ist. Auch Daku Czolinov konnte sich noch nicht so richtig durchsetzen und sich so richtig empfehlen für die Position. Und in Rostock ersetzte Trainer Gramozzi in der Partition eben dann durch Mehmet Aydin, Talent aus der Klappenspieler, der auch schon ein paar Spiele jetzt machen dürfte. Und dort ging der Plan auch komplett auf. Der 19-Jährige nutzte diesmal seine Chance und korrigierte Schalkes bisheriges Lieferproblem. Aydin pflückte nämlich einen langen Ball von Dominic Drexler glänzend herunter. Der Zendant hier heute bei dem zweiten Tor vorbildlichen Szene. Und auch sonst sorgte Aydin defensiv für Sicherheit, aber auch offensiv über rechts für Gefahr. Sprich, er hat sich weitere Einzel empfohlen, hat sich ganz klar aktuell als Nummer 1 auserkoren auf Schalkes rechte Abwehrseite. Aber auch klar ist, er ist ein ganz junger Spieler. Wer da jetzt eine gleiche Leistung gegen Rostock zwingend erwartet, der ist auf dem falschen Weg. Denn Leistungsschwankungen sind bei solchen jungen Spielern eben auch ganz normal. Eure Meinung zu Aydin gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020